Ja, schön euch zu sehen, liebe Geschwister, ich muss erstmal um Vergebung bitten, ich habe es letzte Woche ziemlich überzogen, versuche heute es besser zu machen. Mit Gottes Hilfe, ich weiß nicht, was ihr alles so euch für Nachrichten reintut, ob ihr so eine Nachrichten-App auf eurem Handy habt oder, ja, ich merke selber, ich mache es irgendwie viel zu viel, es ist irgendwie so automatisch irgendwie, dass man immer mal wieder so reinguckt, was es gerade Neues gibt. Ja, und dann ist von der dritten Welle die Rede, was löst das in dir aus? Die dritte Welle. Die dritte Welle. Freudenstürme, Jubel, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Die dritte Welle. Ich glaube, unsere Geschwister aus Kalifornien würde sagen, die dritte Welle, wow, super, dann kann ich gleich wieder auf der Welle reiten. In einem anderen Zusammenhang wäre die dritte Welle was Wunderbares. Nochmal wieder so richtig abgehen, auf der Welle reiten. Wir hatten mal Besuch von einer Schwester aus England, die bei der Frauenfreizeit gepredigt hat und die war bei uns zu Hause. Sie hatten ein bisschen, irgendwie kamen wir ins Gespräch, sie erzählte von einfach ihrer Kindheit und Jugend als Missionarstochter und wie ihr Vater einfach sie so geprägt hat in dieser Sichtweise. Da kommen Probleme, da kommen Schwierigkeiten, da kommt Not. Ja wunderbar, mal gucken, was Gott jetzt tut. Mal sehen, wie Gott dieses Problem lösen wird. Er hat es sportlich genommen. Also jede Herausforderung, jedes Problem, jede Not, so groß sie auch sein mag, unser Gott ist größer. Und er wird irgendwie eine Lösung dafür haben. Er wird eine Antwort haben. Er ist unser guter Vater. Er wird uns ans Ziel bringen. Und das ist doch was Wunderbares. Bei all diesen Nachrichten, mit denen wir ständig konfrontiert sind. Wir haben gute Nachrichten. Deswegen ist es so gut, zusammenzukommen unter dem Wort Gottes, zusammen das Wort Gottes zu lesen. Aber wir haben es ja auch zu Hause und lasst uns das wirklich, lasst uns das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen. So sagt Gottes Wortes. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Warum? Weil es Worte des Lebens sind. Weil das Worte sind, die uns Hoffnung bringen. Weil diese Worte uns die Realität wieder zurecht rücken. Das, wie uns die Nachrichten vorgaukeln, sie informieren uns über die Welt. Das ist natürlich völlig unzureichend. Es ist nur ein bestimmter Ausschnitt dieser Welt. Und es ist eine bestimmte Sichtweise auf diese Welt. Und wenn du nicht gerade deine Bibel-App aufmachst, dann sind diese ganzen News-Apps und diese ganzen News, die du kriegst ständig, die haben einen ganz wesentlichen Teil, fehlt denen der Realität. Nämlich Gottes Gegenwart. Gottes Plan. Gottes Trost. Gottes Hoffnung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir, so sehr wir auch Nachrichten hören, so sehr wir uns mit den Dingen beschäftigen, die in dieser Welt so wichtig sind, mindestens genauso wichtig und wenn nicht noch viel wichtiger ist es, die guten Nachrichten unseres Gottes in uns hineinzulassen, über sie nachzudenken, über sie zu sprechen miteinander, aber auch mit anderen, wo es möglich ist, die Hoffnung zu verbreiten. Und Gott hat echt so eine gute Nachricht für uns. Wie wir heute, Juden hat es vorgelesen, wir haben darüber nachgedacht, über den guten Hirten, der uns durch das dunkle Tal hindurchführt. Aber er führt uns nicht einfach in die Dunkelheit hinein, durch das dunkle, nein, das dunkle Tal hat ein Ziel. Wir werden sitzen am Tisch, wir werden ankommen, zu Hause ankommen. Wir werden, wir haben ein Ziel. Gott sagt, es gibt ein Ziel für dein Leben. Und alles, was so passiert, auch die ganz schweren und schlimmen Dinge in deinem Leben, die passieren, wenn du dein Herz öffnest für die Liebe Gottes, er verwandelt all diese Dinge in deinem Leben und wird sie mitwirken lassen zum Guten, sodass du ans Ziel ankommst. Das ist seine Verheißung. Seine Verheißung. Er ist so, das ist sein Wesen. Er ist Amen. Er ist treu. Er ist wahrhaftig. Das Wort Treue, Wahrheit im Hebräischen heißt Emet. Daher kommt das Wort Amen. Wahrhaftig. Und so heißt es im Neuen Testament auch, Paulus sagt es, dass Jesus Christus für uns Ja und Amen geworden ist. Er sagt Ja zu uns. Er sagt Ja zu dir und du sagst Amen. Und das gilt, das steht fest. Es lässt sich nicht mehr ändern. Die guten Nachrichten sind, dass er dich nie aus seiner Hand loslassen wird. Er lässt dich niemals los. Er führt dich und bringt dich ans Ziel. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Auch nicht die dritte Welle. Oder was sonst noch Schlimmes in deinem Leben dir drohen mag. Von dem du vielleicht noch gar keine Ahnung hast. Aber gegründet auf dem Felsen, an seiner Hand, brauchen wir kein Unglück zu fürchten, was auch immer kommen mag. Wie der Psalmist sagt, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. So gehen wir jetzt in Sprüche 20, Vers 25 und da geht es auch um das Worthalten. Wie gesagt, Gott hält sein Wort. Das ist sein Charakter. Das ist sein Wesen. Er hat es vielfach bewiesen in der Geschichte der Menschheit. Du kannst so viele Prophezeiungen im Alten Testament, ja sogar auch im Neuen Testament, die sich schon erfüllt haben. Wenn du darüber was lernen willst, lies mal das Matthäus-Evangelium. Matthäus war das unheimlich wichtig und er hat das gefeiert. Und hat das immer wieder in sein Evangelium eingebaut. So erfüllt sich, was geschrieben steht. Er ist der Ja und Amen. Er steht zu dem, was er sagt. Er hält, was er verspricht. Und er ist da so anders als wir Menschen. Wir versprechen irgendwas und halten es nicht. Die Zeit der großen Versprechungen kommt jetzt wieder. Uns steht eine Bundestagswahl bevor. Die Politiker, sie werden uns wieder vieles versprechen. Sie wissen, wie unsere armen Seelen geknechtet sind von diesem armen deutschen Volk, das so lange im Lockdown ist und das es so schwer hat. Und ja, manche Menschen haben es in Deutschland echt schwer. Denen geht es echt schlecht. Aber uns geht es so gut. Trotzdem immer noch. Vergleichsweise. So vielen Menschen, denen es so viel schlechter geht. Aber das wollen die Menschen nicht hören. Die wollen lieber hören, oh du Armer. Du hast es so schwer. Und ja, wir werden das überwinden. Wir werden es schaffen. Gemeinsam schaffen wir das. Ja, und dann sind die einen, die uns Sicherheit und Gesundheit versprechen. Da sind die anderen, die uns Freiheit versprechen. Da sind die anderen, die uns Wohlstand versprechen. Ja, die ganzen Versprechungen, die werden kommen. Ob sie gehalten werden können, ist eine ganz andere Frage. Aber auf Gottes Wort kannst du dein Leben bauen. Er versagt nicht. Er hält sein Wort. Und wir gehen jetzt rein in Vers 25, eine ganz spezielle Geschichte, die hier angesprochen wird. Eine Falle für den Menschen ist es, vorschnell zu sagen, geheiligt. Und erst nach den Gelübden zu überlegen. Dieser Ausruf geheiligt bedeutet etwas für Gott opfern, etwas für Gott versprechen. Dieses Tier soll dir geheiligt sein, Gott. Das will ich dir opfern nächstes Jahr, wenn ich nach Jerusalem ziehe. Solche Gelübde sind ja vielfältig. Gibt es, gab es vielfältig, gibt es auch heute noch vielfältig. Und es gibt aber eben auch vielfältig die Situation, dass Menschen vorschnell sind in dem, was sie versprechen, in dem, was sie auch Gott versprechen. Das soll dir gehören. Dieser Betrag von Geld, den ich bekomme, der soll dir gehören. Diese Zeit, die will ich ganz für dich da sein. Da will ich dir dienen. Da will ich dir bereitstehen. Und wir tun das schnell, aus dem Impuls heraus, aus dem Gefühl heraus. Wir sind begeistert. Es gibt so eine wunderbare Geschichte im Alten Testament von Jephthah, dem Richter. Gott hat ihn berufen und endlich war die Möglichkeit für ihn da, die Führung des Volkes Israel im Kampf gegen die Ammoniter zu übernehmen, gegen die Feinde. Und da steht, dass Gott ihn mit seinem Geist erfüllte, ihn mit Kraft ausstatte, ihn mit Begeisterung, mit Mut auch, diese Aufgabe anzunehmen. Mit Tatkraft. So steht es auch im Neuen Testament. Die Gemeinde Gottes, wir brauchen das doch so sehr, dass der Heilige Geist uns erfüllt, damit wir aktiv werden, damit wir tätig werden, damit wir die Aufgabe, die Gott uns gibt, anpacken. Dass wir mutig sind, diesen Schritt zu gehen. Wie Lea gesagt hat, zwei Monate schiebe ich es vor mir raus. Ich kenne das so sehr. Ich lache mit dir über mich. Ich kenne das so gut. Wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes, die uns befähigt, die Aufgabe anzupacken, die er uns gibt. Aber manchmal ist es so, wenn wir dann das erleben, diese Kraft des Heiligen Geistes in uns kommt, dann werden wir übermütig. Die Emotionen treiben uns dahin, etwas zu sagen. Und Jephthah sagt, ich habe meinen Mund aufgerissen gegenüber dem Herrn. Ich war ein Großmaul. Ich habe was versprochen, was so schwer ist, jetzt zu halten. Er hat gesagt, in seinem Überschwang hat er gesagt, Herr, ich werde dir das Erste, was mir begegnen, wenn ich vom Sieg nach Hause komme, werde ich dir opfern. Und dann war es seine eigene Tochter, die ihm entgegengekommen ist. Vorschnell hat er ein Gelübde getan und war daran gebunden. Warum war er daran gebunden? Wir sehen das in 5. Mose 23. 5. Mose 23, Vers 22 sagt Gott, oder sagt Mose in Gottes Auftrag, wenn du für den Herrn, deinen Gott, ein Gelübde ablegst, sollst du nicht zögern, es zu erfüllen. Da muss ich so viel lernen. Ich bin auch so ein langer Bankschieber. Ich schiebe es auch gerne auf die lange Bank. Aber Gott sagt, zöger nicht, es zu erfüllen. Wenn du dem Herrn etwas versprochen hast, dann tu es. Ich weiß nicht, woran du jetzt denken musst. Vielleicht musst du an etwas denken, was du dem Herrn versprochen hast. Was du dir im Herrn vorgenommen hast zu tun. Aber du zögerst. Du zögerst schon länger. Gott sagt, zöger nicht. Erfüll es. Und überwinde die Widerstände. Und wenn du merkst, ich schaffe es, ich kriege diese Widerstände nicht überwunden, dann geh nachher zum Gebet. Lass für dich beten, dass Gott dir hilft, diesen Widerstand zu überwinden und das zu erfüllen, was du dem Herrn zugesagt hast. Erfüll es. Denn der Herr, dein Gott, wird es unbedingt von dir fordern. Und Sünde würde an dir sein. Es ist Sünde, das, was wir Gott versprochen haben, nicht zu halten. Es ist nicht einfach so, ja, ich habe es mal, ich habe mal gedacht, ja, das möchte ich für Gott tun. Ja, ich habe es ihm gesagt, vielleicht auch im Gebet, aber naja, es hat ja sonst keiner gehört. Für Gott ist es schon nicht so schlimm, wenn ich es jetzt nicht mache. Doch. Für Gott ist es wichtig. Wisst ihr, warum es für Gott wichtig ist? Wisst ihr, was das hier ist? Das ist Charakterschule. Gott will unseren Charakter formen. Er möchte uns ihm ähnlich machen. Er ist treu. Er ist die Wahrheit. Wenn er etwas verspricht, dann tut er das. Und er möchte, dass wir seine Kinder genauso sind. Dass wir das, was wir versprochen haben, auch halten. Und er weiß, wie schwer das ist und wie schwach wir sind, wie unweise, ja, wie aus dem Impuls Sachen versprechen. Deswegen fügt Mose hierzu dazu, wenn du es aber unterlässt, etwas zu geloben, wird keine Sünde an dir sein. Also, was sagt Gott uns damit? Dann halte dich doch lieber zurück mit deinen Versprechungen. Dann belastest du dich selbst nicht. Machst du dir doch nicht an. Jesus sagt an anderer Stelle, du kannst nicht ein Haar auf deinem Kopf schwarz oder weiß machen. was machst du dir an, große Versprechungen zu machen und du kannst sie gar nicht halten. Lass es lieber. Versprich lieber nichts. Dann wird keine Sünde an dir sein. Aber was über deine Lippen gegangen ist, sollst du halten und ausführen, wie du dem Herrn, deinem Gott, freiwillig gelobt hast, was du mit deinem Mund geredet hast. Hier betont Gott nochmal, es ist freiwillig. Wisst ihr, Gott hat uns so sehr geliebt, er hat uns seinen Sohn geschenkt. Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen, um uns zu erretten. Was verlangt Gott dafür? Nichts. Er schenkt uns seinen Sohn. Er schenkt uns seine Gnade. Er schenkt uns seine Liebe. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Er schenkt es. Es ist nicht etwas, was er, es ist kein Deal. Er sagt nicht, okay, ich gebe euch mal meinen Sohn, aber nur, wenn ihr mich dann auch, wenn ihr mir dann auch dient. Nein, er gibt seinen Sohn. Das sagt das Wort ganz klar. Für die Sünde der ganzen Welt ist er gestorben. Egal, ob die Menschen ihn annehmen oder nicht annehmen. Sein Opfer gilt allen, ohne etwas zurück zu erwarten. Er liebt. Seine Liebe geht aus. Und seine Liebe ist die einzige Kraft, die an uns wirkt und an uns wirken soll. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wer das Evangelium hört, in denen wird diese Liebe ausgegossen und es im Glauben annimmt. In denen wird diese Liebe ausgegossen. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist die einzige Kraft, die uns erfüllen und bewegen soll. Seine Liebe, die Liebe Gottes. Nicht Angst davor, zur Hölle zu fahren. Nicht irgendwie ein Pflichtgefühl, ja, ich muss ja. sondern Liebe. Oh Jesus, du hast mich so geliebt. Ich will, ich will dir folgen. Ich will dich lieben. Ich will für dich da sein. Ich will das tun, was du sagst. Freiwillig. Es war auch in der Apostelgeschichte so. In der Apostelgeschichte 5, da wird beschrieben, wie sie die Dinge, die sie hatten, nee, Apostelgeschichte 4 ist es, wie sie das verkauft haben, was sie hatten, um füreinander da zu sein, um einer dem anderen zu dienen. Wie sie nichts, was sie hatten, ihr eigen nannten. Sie haben nicht gesagt, das ist meins, sondern sie haben gesagt, das gehört dem Herrn. Mein Leben gehört dem Herrn. Und alles, was ich habe, gehört dem Herrn. Und ich will es einsetzen, so wie Gott es möchte. Und so haben Leute Felder verkauft, die sie hatten, Grundstücke haben sie verkauft und haben das Geld einfach zu den Aposteln gebracht und haben gesagt, hier, Apostel, bitte verwaltet das in Gottes Sinne, so wie Menschen es brauchen. Großen Betrag an Geld haben sie da hingebracht. Und dann gab es diese beiden, Hananias und Safira, die haben sich vorgenommen, ja, wir wollen auch unter die Frommen gerechnet werden. Die hingegebenen Christen. Wir wollen auch was sein in der Gemeinde. Und so haben sie auch ihr Grundstück verkauft. Aber ihnen war es zu schade, das ganze Geld bei der Gemeinde abzugeben. Sie wollten noch etwas für sich behalten. Und dann sagt Petrus zu Hananias, warum habt ihr euch entschlossen, den Heiligen Geist zu betrügen? Und dann sagt er, als ihr das Feld hattet, da war es doch in eurer Verfügung. Ihr konntet damit machen, was ihr wollt. Wisst ihr, was Petrus damit sagt? Er sagt, keiner muss von euch hier sein Feld verkaufen. Keiner muss das machen. Ihr seid frei. Und als du es verkauft hattest und das ganze Geld hattest, hattest du immer noch die Freiheit, damit zu machen, was du willst. Aber bedrück doch nicht den Heiligen Geist und tu so, als ob du alles, was du für das Feld bekommen hast, jetzt der Gemeinde spendest. Benutze nicht die Hingabe an Gott für deine eigenen Zwecke. Die Hingabe an Gott, das Opfer, das was du hier bringst, das soll Gott ehren. Freiwillig. Aber wenn wir uns gebunden haben, dann sind wir auch gebunden. Unser Wort soll ein, unser Ja soll ein Ja sein, unser Nein soll ein Nein sein. Man soll sich auf uns verlassen können. Wir sollen unserem Vater im Himmel ähnlich sein. Ich möchte noch ein kurzes Beispiel euch vorführen aus dem Alten Testament, ein positives Beispiel. Hannah, erster Samuel. Sie hat gelitten unter ihrer Familiensituation. Sie hat gelitten darunter, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Sie hat gelitten unter auch den, ja, unter dem Spott und Hohn, den sie ausgesetzt war. Und sie ist zu Gott gegangen und hat gefläht und gebetet, Herr, erhöre mich, bitte schenk mir doch ein Kind. Und dann ist sie in ihrem Gebet, 1. Samuel 1, könnt ihr das nachlesen, ist sie an diesen Punkt gekommen, wo sie dieses Gelübde gesprochen hat, wo sie gesagt hat, Herr, wenn du mir einen Sohn schenkst, ich will ihn dir zurückgeben. Er soll dir dienen, sein ganzes Leben lang. Er soll ein ein Geweihter des Herrn sein. Und wisst ihr, was hier passiert? Hier passiert Folgendes. Sie hat in ihrem Gebet, wo es zuerst auch sehr stark auch um sie ging, um ihre Not, um die Last ihres Herzens. Und dieser Sohn, dieses Kind, das sollte diese Not stillen, sozusagen. Darum hat sie gebetet, dass Gott ihre Not stillt, durch dieses Kind, das sie bekommen soll. Aber im Verlauf dieses Gebetes und wo sie zu diesem Gelübde hinkommt, sie lässt das Kind, was sie sich erbittet, los. Sie gibt es in Gottes Hand. sie sagt, Herr, tue dieses Wunder, aber nicht um meinet Willen, sondern um deinet Willen, dass du verherrlicht wirst. Und so wurde Gott verherrlicht durch dieses Kind, was er Hannah gegeben hat. Er wurde verherrlicht dadurch, dass sie treu war und das gehalten hat, was sie versprochen hat. Sie hat nämlich Samuel dann als kleinen Jungen in den Tempel gebracht, dass er dem Herrn von Kind auf dient. Und Gott hat zu ihm gesprochen, schon als Kind, obwohl das Wort Gottes total verloren gegangen ist. Der Geist Gottes hat nicht mehr gesprochen in Israel, weil sie so in Sünde gefallen waren. Aber er hat zu diesem Jungen gesprochen, der dem Herrn geweiht war, schon von Kind auf, der sein Leben in Hingabe an Gott gelebt hat. Und seine Mutter, sie hat diesen Schritt getan. Sie hat in ihrem Gelübde das, was sie für sicher beten hat, Gott gegeben. Und das freut Gott, das ist eine Freude für Gott. Gott kann, Gott freut sich so sehr, wenn wir etwas ihm geben von dem, was wir haben. Wenn wir freiwillig sagen, Herr, hier, ich gebe es dir, ich vertraue dir, ich liebe dich, ich möchte, dass du verherrlicht wirst, durch das Beste, was ich habe. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter. In Römer 12 sagt er uns, aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, diese Liebe, die du erfahren hast, Christus in dir, das sollte vernünftig, logischerweise, sollte dich das dazu führen, dein ganzes Leben auf den Altar zu legen. Und zu sagen, hier, das ist mein Leben, das soll das Opfer sein. Das soll dich verherrlichen. Mein Leben soll dich verherrlichen. Wisst ihr, dass wir das alle getan haben, die wir uns haben taufen lassen? Das ist eigentlich der Sinn der Taufe. Dass wir sagen, Herr, hier ist mein Leben, nimm es ganz. Du hast dein Leben für mich gegeben, du hast mich geliebt, mich Sünder, du hast mich gereinigt von all meiner Sünde. Hier ist jetzt mein Leben. Gebrauch es als dein Werkzeug für deine Gerechtigkeit. Du sollst regieren, du sollst der Herr meines Lebens sein. Das ist die Taufe, darum geht es in der Taufe. Das ist die Antwort auf das wunderbare Geschehen der Wiedergeburt in meinem Leben. Meine persönliche Antwort. Ich sage, ja, Herr, ich bekenne, ich gebe mich hin in die Taufe. Das ist der Tod meines alten Lebens, aber die Neugeburt meines neuen Lebens als Geweihter des Herrn. Und das ist in der Form, ist es ein Gelübde. Und ich kann es natürlich nicht halten. Ich bin schwach. Deswegen sagen wir in allem, so wahr mir Gott helfe, auch im Ehebund, oder? Das Versprechen, was ich mache in der Ehe. Die Verheirateten unter uns, wisst ihr noch, was ihr versprochen habt alles? Habt ihr das alles gehalten? Man ist mutig, man macht seinen Mund weit auf, wenn man so will. Deswegen ist es wichtig, sich zu prüfen, will ich wirklich mein Leben hingeben im Dienst an diesen Mann, an diese Frau? In guten wie in schlechten Tagen. Wisst ihr, dieser Bund mit Jesus, es gibt nichts Besseres, als sich ihm hinzugeben, als sein Leben auf den Altar zu legen und für ihn zu leben. Es gibt nichts Besseres. So segensreich. Aber Jesus sagt, überleg es, überleg es, überschlage die Kosten. Willst du das wirklich tun? Willst du wirklich mit mir kommen? Willst du wirklich dieses neue Leben? Lass uns zurück in Sprüche gehen. Vers 26. Ein weiser König sondert die Gottlosen aus und lässt das Rad über sie gehen. Das hört sich hart an. Hier geht es aber um ein Bild, der Dreschwagen, der Spreu von Weizen trennt, die Räder, die da drüber laufen. Aber es ist natürlich, es geht um Gericht. Es geht darum, das Gericht auszuüben. Und hier wird gesagt, der weise König lässt nicht einfach das Gericht über alle gehen, wie ich und viele andere Lehrer auch. eine Klasse, da gibt es so ein paar Unruhestifter in der Klasse und die machen so einen Rabatz und so einen Lärm und du bist so genervt als Lehrer und sagst, ihr müsst jetzt alle, was weiß ich, eine Strafarbeit machen. Und da regen sich natürlich einige Schüler auf. Wieso? Was habe ich denn gemacht? So. Typisch. Der Lehrer weiß nicht mehr zu helfen. Er kann, er kriegt es nicht hin. Er ist nicht weise genug, die Gottlosen auszusondern. Er sieht nur diese große Masse, die ihm Widerstand leistet und sie kriegen es alle ab. Seid doch alle daneben. Nein, ein weiser König sondert die Gottlosen aus. Er sucht, er findet die Schuldigen, die wirklich Dreck am Stecken haben und die kriegen ihre Strafe. Wir brauchen so viel Weisheit, wenn wir Verantwortung haben über Menschen. Wenn wir auch diese Verantwortung haben zu strafen. Unsere Richter brauchen Weisheit und alle, die die Verantwortung tragen in diesem Bereich der Gerechtigkeit und des Rechts. Sie brauchen Weisheit. Vers 27. Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, durchforscht alle Kammern des Leibes. Das ist interessant. Hier wird vom vom Leib gesprochen und eigentlich heißt das Wort Geist des Menschen eigentlich Lebensatem. Das sind eigentlich die körperlichen Vorgänge. Aber dann wird hier plötzlich gesagt, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, durchforscht alle Kammern des Leibes. Also hier haben wir das Bild von jemandem, der so eine Lampe in der Hand hat und durch irgendwie so ein Schloss geht und in alle Kammern hineinleuchtet und sich das ganze Schloss anguckt, alle Bereiche dieses großen Schlosses oder dieser Burg. Bis in die tiefsten Kammern, das heißt bis in den tiefsten Keller rein, leuchtet er hinein, schaut sich alles an. Es gibt Menschen, die behaupten, dass das menschliche Leben eigentlich nur biochemische Prozesse sind. das ist all das, was wir so haben, unser Bewusstsein, unsere Seele, unsere seelischen Vorgänge, das ist alles nur, das sind alles Hirngespinste. Unser Leben funktioniert einfach nur auf Grundlage von irgendwelchen chemischen Abläufen. Das ist natürlich diese materialistische Weltsicht, diese naturalistische Weltsicht, die etwas Höheres, etwas, was sozusagen nicht ermessbar ist mit unseren Instrumenten ausschließt. Das gibt es nicht. Alles, was du nicht messen kannst, das gibt es nicht. Redliche Wissenschaftler würden immer sagen, alles, was wir nicht messen können, ist nicht in dem Bereich, was wir messen können. Ja, das hört sich lustig an, aber es ist die Wahrheit. Wir haben ein Instrumentarium, mit dem wir bestimmte Dinge sehen, begreifen, ja, womit wir untersuchen können. Aber es erfasst nicht alles. Es gibt Dinge, die sind uns zu hoch. Die sind unserer Fähigkeit, Dinge zu untersuchen, nicht zugänglich. oder nur sehr, sehr rudimentär, sehr schwach zugänglich. Und das sind diese Vorgänge der Seele, die Vorgänge des Geistes, die Vorgänge der geistlichen Welt. Wir sind davon überzeugt, dass Gott hier uns Dinge offenbaren muss, dass wir ein Licht brauchen. Und es gibt dieses Licht, auch in jedem Menschen gibt es dieses Licht. Es gibt dieses Wunder des Bewusstseins und alle, die versuchen, das auf chemische Prozesse zu reduzieren, die kommen auch immer wieder an ihre Grenzen. Warum haben wir dieses Bewusstsein von uns selbst? Warum? Wie kann es sein, dass ein Wesen, das aus einer ungesteuerten Evolution heraus entstanden sein soll, aus dem Zufall, wie kann es sein, dass ein solches Wesen ein Bewusstsein von sich selbst hat, eine solche intellektuelle Fähigkeit hat, sich selbst zu erforschen und die Welt um sich herum? Wie kann das sein, dass das durch Zufall, durch einen ungeordneten Prozess entstanden sein soll? Der Geist des Menschen ist eine Leuchte. Wir haben Licht, aber wir verdunkeln unser Licht selber durch solche Theorien. Gott hat uns Licht gegeben. Es gibt noch einen anderen Bereich, wo Gott uns Licht gegeben hat. Wir haben dieses Phänomen, dass wir Menschen ein Gewissen haben, dass wir unterscheiden zwischen Gut und Böse und dass es uns bestimmt, dass es uns leitet. Das Gewissen ist nicht von sich aus, von Natur aus gut, aber dass wir es überhaupt haben, ist gut. Das Gewissen kann manchmal völlig falsch liegen, weil es völlig falsch geprägt wurde. Wir denken dann, dass bestimmte Dinge, die wir tun, gut sind, obwohl sie böse sind, in Gottes Augen. Und wir denken, dass bestimmte Dinge, die böse sind, die in Gottes Augen aber sehr gut sind. Da brauchen wir Reinigung und Erneuerung unseres Gewissen durch den Heiligen Geist. Aber die Tatsache, dass wir unterscheiden, das tun wir alle, das hat Gott in uns hineingelegt, natürlicherweise. Das ist ein Licht, eine Leuchte des Herrn. Deswegen ist es was Wertvolles, für uns als Christen ist es auch was Wertvolles, das Gewissen zu prägen zu lassen vom Heiligen Geist, von der Lehre Gottes, von dem, was er uns zeigt, was gut und böse ist. Das heißt manchmal auch die Dinge zu reformieren, die sich mir anders eingeprägt haben, bereit zu sein, Abschied zu nehmen von bestimmten Vorstellungen, die ich hatte und Neues anzunehmen vom Herrn, mich neu prägen zu lassen in meinem Gewissen von meinem Vater im Himmel, aber dann auch dem Gewissen zu folgen. Gott sagt, wenn du deinem Gewissen nicht folgst, dann sündigst du, weil du dieser Orientierung in dir, das ist gut, das ist böse, weil du dich versündigst sozusagen, gegen dieses eigene innere Gesetz, du wirst zum Übertreter und wenn unser Gewissen geprägt ist vom Heiligen Geist, vom Gesetz, von den guten Ordnungen Gottes, dann versündigen wir uns gegen Gott, aber allein dieses, das eigene Gewissen zu verletzen an den Punkten, wo es richtig und gut ist, ist eine schlechte Sache, wir sollten lernen unserem Gewissen zu folgen, denn es ist eine Leuchte, Gott hat uns diese Leuchte gegeben, dass wir das nutzen, dass wir es annehmen vom Herrn und uns von ihm leiten lassen, in dem wie wir uns durchforschen und David sagt es so schön im Psalm 119, durchforsche mich Herr, hilf du mir, dass ich wirklich erkenne, was in mir ist. Wir müssen uns selbst prüfen, immer und immer wieder, sagt Paulus, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, prüft euch selbst und das prüfen, dass ich mich selber prüfe, das mache ich am besten oder kann ich eigentlich nur machen mit dem Herrn zusammen. Herr, durchforsche du mich, erkenne du, wie ich es meine, hilf mir, das zu erkennen, was in mir ist. und dann gibt er mir diese Leuchte und lässt mich hineinleuchten in die tiefsten Tiefen und das ist manchmal nicht so angenehm, nicht so lustig, nicht so nett, aber es dient, es dient zur Reinigung, zur Heilung, zur Erneuerung. Güte und Treue behüten den König und durch Güte stützt er seinen Thron. Güte und Treue, das ist so ein hebräische Worte, die so immer als häufig als Paar auftreten, Chesed und Emmet. Man kann es auch mit Gnade und Wahrheit übersetzen. Die Wesenseigenschaften Gottes kannst du nachlesen in 2. Mose 34, 6 stellt sich Gott selbst so vor. Gnädig und treu ist er. Wahrhaftig. Er hält das, was er verspricht, er ist aber voller Gnade und Barmherzigkeit auch. Das ist sein Wesen. Und dieses Wesen Gottes, das behütet den König. Gott behütet den König. David betet auch im Psalm 40 darum. Deine Güte und Treue sollen mich behüten. Aber es soll auch mein Wesen prägen. Der König sollte davon geprägt sein. Wie wunderbar ist es, wenn du einen Regierungschef hast, der gnädig und treu ist. Und wie sehr nimmt nimmt er die Herzen der Menschen ein. Wie viel Autorität besitzt er, wenn er klar ist, aber trotzdem auch barmherzig und gnädig. Das verschafft ihm eine unheimliche Autorität. Und deswegen sollten wir danach streben, wenn wir Verantwortung tragen, dass Gottes Güte und Treue uns behüten und dass sie uns prägen und wir durch Güte und Treue unseren Dienst ausüben in Verantwortung gegenüber anderen Menschen. Der Schmuck der jungen Männer ist ihre Kraft, graues Haar, aber die Zierde der Alten. Ich musste hier denken an unsere schönen Gemeindefreizeiten am Schloss Heroldeck unten am Steg. Da ist doch dieser Unterstand dann irgendwie und dann so ein Metallgerüst und ich weiß, ich habe das noch genau vor mir, wie die Jungs dann immer da sich ranhängen und dann diesen hier machen. Klein Jörgi steht da vor und denkt so, das wollte ich früher auch mal gekonnt haben. Ich konnte es nie. Aber jetzt kann ich sowieso nicht. bei dem Gewicht ja, aber irgendwie müssen sie es immer zeigen hier. Das ist ihr Schmuck, ihre Muckis. Bei den Mädels auch. Nicht die Muckis unbedingt. Ja, das Outfit, das muss so schön sein. was ja, also das hat ja so extrem zugenommen durch diese ganze Facebook, Instagram, Whatsapp, was weiß ich, Profilbilder. Ich finde es immer interessant, was Leute so für Profilbilder haben. Wie sie sich selbst darstellen. Was für ein Image sie vermitteln. Es ist furchtbar teilweise. Und Schwestern, ich sage euch allen, bitte, ihr seid so wunderschön. Ihr braucht nicht eine Extra Version von euch irgendwie als Profilbild posten. Wirklich nicht. Stellt euch doch so da, wie ihr seid. Mitten aus dem Leben gegriffen. Natürlich nicht irgendwie zwei Minuten nach dem Aufstehen. Das muss natürlich nicht sein. Aber auch nicht nach zwei Stunden Styling. Und manche gehen ja noch weiter. Das ist richtig übel, weil manche Profilbilder von jungen Mädchen, aber auch teilweise älteren Frauen, das sind im Grunde Profilbilder, die ich erwarten würde von Prostituierten, die sich anbieten. Das ist wirklich schlimm. Mach das nicht. Na? Ihr seid schön. Und auch die jungen Männer. Man muss sich nicht in bestimmten Posen irgendwie darstellen. Die Kraft, von der hier die Rede ist, der Schmuck, das ist was ganz anderes. Wisst ihr, dass ihr Muckis habt, das ist super wunderbar, wenn es darum geht, einer alleinstehenden Frau beim Umzug zu helfen, dann ist das euer Schmuck, dass ihr diese Muckis habt und dazu packen könnt und was wuppen könnt. Die Kraft ist nicht Selbstzweck, es ist nicht irgendwie, dass ich der Stärkste, Bodybuilding, wenn ich das so denke, die Leute um ihrer Selbstzweck, damit sie irgendwie wie die extremst stärksten Leute da aussehen. Es hat überhaupt keine Bedeutung, es hat überhaupt keinen Sinn und Zweck. Nein, bei Gott hat es einen Sinn und Zweck, dass die jungen Männer stark sind, das soll dazu führen, dass sie in den Krieg gehen, dass sie den guten Kampf des Glaubens kämpfen. In 2. Mose haben wir das gelesen, wo das Volk Gottes angegriffen wurde, durch die hinterlistigen Amalekiter, die Schwachen, die Alten, die Kranken von hinten, die Kinder genommen haben, um sie abzuschlachten. Und Mose hat Joshua gesagt, hey Joshua, du gehst raus mit den jungen Männern und führst Krieg. Wie gut, wenn wir junge Männer haben, die in den Kampf ziehen können, die von Gott Kraft haben, um in den Kampf zu ziehen. Aber es braucht auch die alten Männer, oder? Als Mose dann mit Aaron und Hur auf dem Berg war, er hat den Stab erhoben und solange der Stab erhoben war, waren die jungen Männer siegreich, aber als er lahm wurde und seine Hand gesunken ist, dann wendete sich das Blatt plötzlich. Das ist so ein wunderbares Bild eigentlich für dieses Zusammenwirken von den alten Männern, von den aber wir brauchen einander. Die Jungen schaffen es nicht ohne die Alten und die Alten schaffen es nicht ohne die Jungen. Und Gott hat unterschiedliche Gaben gegeben. Die jungen Männer, Johannes schreibt es, ich schreibe euch jungen Männer, weil ihr stark seid. Und was ist das für eine Stärke? Weil das Wort Gottes in euch ist und ihr den Bösen überwunden habt. Das macht eure Stärke aus, dass ihr Überwinder seid und das will Gott aus euch, aus uns jungen Männern machen. Solche junge Männer, deren Schmuck ihre Kraft ist. Und die alten Männer, die weißen Haare sind es natürlich nicht, sondern die Weisheit, die damit einher gehen sollte. Der Wandel mit Jesus, der längere Wandel mit Jesus. wo wir ein Segen sein können durch Weisheit, die wir erlangt haben in dem langen Weg, den wir mit Gott gegangen sind. Der letzte Vers, blutige Striemen reinigen den Bösen und schläge die Kammern des Leibes. Harter Vers hier. Zum Abschluss. Aber es ist so, es ist wichtig in der Erziehung. Wenn es Kinder gibt und Kinder sind manchmal so, sie denken sich gar nicht so viel Böses dabei. Aber man kann doch mal auf den Kopf von diesem anderen Kind draufhauen. Mit der Schaufel. Warum nicht? Kann man doch mal machen. Denkt sich nichts bei. Macht Spaß. Bumm, 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 bumm. Und das andere Kind Aaaaaaah, aaaaaah, aaaaaah. Und die Mami steht daneben und sagt, ach, das Kindchen, das weiß es ja noch nicht besser. Ja, dann lehre es das Kind, dass es besser weiß, dass das wehtut, was es da macht. Und dann muss ich dem Kind Einhalt gebieten und ich muss dem Kind deutlich machen, hey, das tut weh. So, so wie das hier wehtut, Kindchen, so tut das weh, was du da machst. Und es mag zur Reinigung, zur Besserung dienen, dass das Kind versteht, das, was ich hier tue, das darf ich nicht machen, weil es wehtut, es tut mir weh und das, was mir da wehtut, das tut, dem Kind tut das auch weh. Aber ich möchte diesen Vers auch noch abschließend mit ein paar Versen von einer anderen Seite her betrachten. Die blutigen Striemen, die Striemen der Wunde, sie reinigen den Bösen, Jesaja 52, Vers 13, Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, sagt Gott. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Aber erst am Ende. Am Anfang steht dieses, wie sich viele über ihn entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie sehen, was ihnen nicht erzählt worden ist und was sie nicht gehört haben, nehmen sie wahr. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Das fragt Jesaja sich jetzt und er sieht dieses Bild vor Augen, er beschreibt das, was er sieht. Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, man kann auch übersetzen mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jesaja sieht sich selbst mittendrin in dieser Menge und spürt plötzlich, merkt durch das Licht des Herrn in ihm, er prüft sich selber und merkt, ich bin selber einer von denen, die ihn nicht achten, die auf ihn herab schauen. diesem Mann der Schmerzen, der mit Leiden vertraut ist. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm oder die Züchtigung lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Die Striemen, die blutigen Striemen dienen zur Heilung des Bösen. Die Striemen, die Jesus auf sich genommen hat, dienen zur Heilung unserer Bosheit, unserer Gottlosigkeit. Seine Liebe kommt und reinigt uns und befreit uns von der Herrschaft des Bösen. Wir empfangen Vergebung und Reinigung und Erneuerung durch den Heiligen Geist, durch seine Striemen, dadurch, dass er sich hat schlagen lassen. Er hat sich ganz hingegeben und hat unsere Schmerzen getragen und unsere Leiden und unsere Sünde. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Lass uns wirklich diese Liebe aufsaugen in uns, dass wir ja ganz natürlich, ganz froh und frei unser Leben auf den Altar legen, ihm das geben, was ihm gebührt. Amen.